Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frühstück mit Bier. Im Mittelal plaudern die Promis gerne aus dem Nähkästchen. 88 Jahre sind Sie jung? Ja, jung. Ich bin noch immer nicht geimpft, weil ich noch zu jung bin. Wir haben viel Burgermeister in Österreich. Dabei kommt Frühstück mit Bier ohne viel Tamtam aus. Es lebt viel mehr von der Interaktion der Akteure. Und darin sind die Jungs wahre Meister. Untertitelung des ZDF für funk, 2017